Herzlich Willkommen bei der Firma Sonnenschutz Kares. Das ist unser Team. Adrian, du müsstest heute eine Wintergartenmarkise montieren. Nassim, ihr zwei fahrt eine Rollladenmontage durchführen. Also ich mache heute mit dem Schorn eine Rollladenreparatur. Wir tauschen einen Rollladenpanzer aus. So, hier haben wir jetzt den fertigen Panzer, den wir hier vorne gerade noch arretiert haben. Das dient dazu, dass der sich dann nicht auseinanderzieht. Der ist jetzt hier fest verbunden miteinander. Dann haben wir noch ein kleines Aufkleberchen draufgeklebt und jetzt können wir den zum Kunden bringen. Okay, wir fahren heute so eine Wintergartenmarkise zu montieren. Ich habe auch schon die Zuwölkisse ins Auto gepackt und das Navi eingestellt. Okay, dann los geht's. Wir fahren heute nach Mönchengladbach, einen alten Holzrollladen von Handbetrieb auf Elektroantriebe umrüsten. Kannst du mal schauen, diese Markise müsste bestellt werden. Handwerk ist nicht immer nur Praxis, sondern findet auch hier im Büro auch statt. Und was wir jetzt genau bestellt haben, können wir uns jetzt auch gleich mal anschauen. So, das ist jetzt unser Produkt, eine K70, eine Kassettenmarkise. Wie ihr hier auch seht, ein LED-Stripe ist da integriert und auch ein Volant-Rollo. Also, wir haben morgen eine Besonderheit. Wir haben Kunden, die haben eine Terrassenüberdachung. Die hätten gerne für vorne eine Senkrechtmarkise. Also, er sitzt da, er frühstückt, er liest die Zeitung und ihm blendet halt die Sonne. Und deswegen machen wir da eine Senkrechtmarkise mit ZIP-Führung. Hi, Sean. Hier ist Christina. Hör mal, wir haben gerade noch eine Reparatur reinbekommen. Ja, nee, klar können wir machen. Wir trinken noch kurz unseren Kaffee auf und dann fahren wir da in einer halben Stunde hin. Gucken wir mal, dass wir den Motor wieder ans Laufen kriegen. Oh ja. Ah, ich sehe schon. Gibst du mir mal den Steckschlüssel? Ja. Also, mit 16 habe ich mein Praktikum da gemacht und nach dem Abi habe ich dann meine Ausbildung zwei Jahre gemacht. Es macht halt unglaublich viel Spaß. Also, jeder Tag läuft anders ab. So, ganz individuelle Produkte auch und Kunden. Also, man sieht wirklich immer wieder was Neues. Und das Einzige, was wirklich immer gleich bleibt, ist halt dann auch das Team und die Harmonie auch. Also, es macht halt unglaublich Spaß, so mit den Kollegen dann auch am Ende des Tages so zu sehen, was man da gemacht hat. Und die Kunden glücklich, wir sind glücklich. Also, es ist schon echt ziemlich cool. Wir arbeiten immer sehr eng als Team zusammen, weil wir auch oft in Situationen halt kommen, wo man auf den anderen sehr gut aufpassen muss, weil man dann auch in sehr großen Höhen arbeitet. Ich komme mit der Emily super klar und sie packt genauso gut an, wie jeder Mann, der bei uns arbeitet. Ja, also, wir Frauen können das genauso. Also, die Ausbildung ist für uns super wichtig und wir brauchen junge Leute, die auch diesen Beruf ausüben wollen, damit wir in der Zukunft unsere Qualität auch aufrechterhalten können. Wie habt euch jetzt? Wir freuen uns auf euch. Emily ist 20. Sie ist Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin. Auch was für dich? Bewirb dich einfach bei der Sonnenschutz-Karis GmbH, Holtweg 45 in 41379 Brüggen.